Hallo, wie ihr seht es, das grünste euch hinter mir, die Sonne ballert von oben, das bedeutet, ich bin draußen am Wasser. Ja, was mich natürlich in erster Linie erstmal ein bisschen freuen, weil ich hatte die letzte Zeit nicht wirklich die Zeit gefunden, ans Wasser zu fahren. Ich war mit meinem Kumpel Andy noch, nochmal so zwischendurch, eine Nacht draußen, hab dann auch noch einen schönen 15 Kilo Fisch gefangen, schöner Schuppenkarpfen. Wir haben leider keine Videoaufnahmen, ich hab gesagt, filmen für die in der Nacht, bringt nichts, schade. War noch eine lustige Geschichte, weil die Polizei dann halt noch kam, die haben halt die Kopflampen gesehen, zwei Autos da stehen im Dickicht. Dann haben sie gesagt, halt stopp, jetzt haben wir euch. Ich sage, kleinen Moment, wir haben hier gerade einen Fisch, wie Fisch. Sag ich, ja, guckst euch an. Mathe ausgemacht, die haben noch nie so einen großen Fisch gesehen. Waren auch halt recht cool, cool die Jungs. Konnen halt dann noch Bilder machen und den Fisch zurücksetzen, haben so noch ein bisschen getalkt mit denen. Und, ja, also mir persönlich wär's lieber gewesen, die wären 10 Minuten eher gekommen oder halt 10 Minuten später. Aber, so ist es halt, ne. Kam halt alles auf einmal. Aber wie gesagt, die Jungs hatten Verständnis und dann ist es auch okay gewesen. Also, ja, ich fisch nicht alleine. Mein Vater kommt nachher noch, was ich unter anderem sehr cool finde, da wir die letzte Zeit überhaupt nicht zusammen fischen waren. Ich glaube, letztes Jahr waren wir einmal einen Tag draußen an der Elbe. Kommt halt auch ein bisschen zu kurz. Von daher freue ich mich. Ja, wir haben noch, oder beziehungsweise habe ich mir so eine Actioncam geholt. Ja, mal gucken, was wir da mit anstellen, ob wir da noch 3, 2 coole, gute Aufnahmen kriegen. Und mal gucken, was wir da hält haben. Des Weiteren, ihr hört's, es ist echt übelst laut, hinter mir ist ein bisschen Förderband. Hier sind diverse Bauarbeiten. Im Prinzip 30 Meter hinter mir. Und das Ding läuft, wahrscheinlich die ganze nacht die ganze woche die lkw fahren und ich hoffe ihr verzeiht mir dass es halt noch ein bisschen bisschen lauter ist oder wenn man mich halt nicht ganz versteht aber wir machen das beste draus wird jetzt stellen suchen füttern und die ruten endlich mal rausbringen so So, Tag 2, erste Nacht ist rum, wir haben es mittlerweile Nachmittag, wir konnten 5 Fische fangen, schwerste davon 20 Kilo und 200 Gramm, ich wurde gezwungen das zu sagen, ne 20 Kilo hat er gehabt, wie gesagt ihr kennt ja meine Strategie, ich angere mich recht gut von da, geht diesmal leider nicht ganz so aus, wird hier gut vollgeführt von meinem werten Herrn Vater, mein Kumpel Andy hat sich auch noch nicht blicken lassen, an dieser Stelle ich grüße nicht an dich raus, wenn du das siehst und ich würde gerne sagen, ich bin zuversichtlich, aber nö, nö bin ich nicht mehr. Auch ein bisschen traurig, ich bin auch ein bisschen traurig, ich hab mir mehr erhofft, vom Erfolg der Zeit verwöhnt, schade. Ansonsten, keine Sonne, windig. Tja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich? Ich bin ja auch zur Zeit für alles offen, wollt ihr gerne was wissen von mir? Fragt gut. Köder, wollt ihr wissen welche Köder? Na gerne, erzähl mir. Ich würde mal sagen, deine Köder sind überallt auch. Die musst du was mehr jetzt umfangen lassen, so wie ich. Definitiv, es ist Rat sein, nicht mit drei Jahre alten Ködern zu fischen. Richtig. Das kann funktionieren, aber nicht auf der Haut. Das kann ich euch endlich mal den ersten Fisch zeigen. Die anderen Fische sind leider nicht aufs Band, beziehungsweise nicht gefünft worden. Da hol ich dann einfach die Fotos nachher am Ende des Videos rein. Könnt ihr euch gerne angucken. Absolut geiler Spielkarpfen. War schön gekämpft. Und wiegt 10 Kilo. 20 Pfund. 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 So Freunde, was ich euch unbedingt zeigen wollte ist, wie ich hier vorgehe bzw. wie ich fische und wo ich die Marker platziert habe. Ihr werdet es wahrscheinlich hören, da ist gleich 5 Meter neben uns ein altes Fließband, arschlaut und in der Nacht ist das Ding auch an, also pendelt es relativ schön hier. Dann kommt mal mit. So meine Freunde, ihr seht jetzt im Prinzip, da ist mein Marker, recht ufernah. Ich kann hier vom Uwe aus über das Schilf, über im Prinzip meine Beulie verteilen und so die Schilfkante aktiv und erfüllt übersetzen. Musik 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 Vielen Dank.